Ist der Alexandria 2 im Jahre 2024 noch tragbar? Das Flaggschiff von Sergev ist der Alexandria 2 und ist aus einer guten Parfümsammlung kaum wegzudenken. Was den Alexandria 2 so besonders macht, ist einfach der Spagat zwischen orientalig und modern. Klar haben wir hier Rose und Oud, aber das Ganze ist wirklich so schön ausbalanciert, dass es wirklich für die meisten Einsteiger auch geeignet ist. Der Duft schafft einen wirklich richtig coolen Twist. Am Anfang startet er so ein bisschen frisch mit Lavendel und Apfel und nach so zwei Stunden hat er wirklich eine 180 Grad Umdrehung gemacht. Danach liegt der Duft wirklich so weich und leicht in der Luft, dass es extrem luxuriös wirkt und trotzdem ein bisschen, ja, orientalisch und wie so eine zweite Haut liegt. Das Ganze ist auch dabei wirklich stark, aber wie gesagt sehr leicht in der Luft, was ihn auch so ein bisschen besonders macht. Mich persönlich erinnert der Alexandria 2 an dieses alte L'Oreal Haarspray, muss es sein. Unterm Strich riecht das Ganze wirklich extrem angenehm. Alexandria 2 ist im Jahre 2024 auf jeden Fall noch kaufbar. Ich bekomme viele Nachrichten, dass ihr mit Nischendüften anfangen wollt und ich denke der Alexandria 2 ist so. Der perfekte Einstieg mit Nischendüften und mit Oud. Klar ist das Ganze nicht günstig, aber wenn du einen besonderen Duft willst für ein Date oder zum Ausgehen, dann ist es auf jeden Fall der perfekte Duft. Die Proben und den Duft gibt es natürlich wie immer im FX Miller Online Shop.